So, wir machen jetzt einen Part in der achten Folge von OMSI. Wir machen jetzt einen zweiten Part in der achten Folge von OMSI. Also wir machen da einen zweiten Part in der achten Folge. OMSI, der Omnibusimulator. So, wann wird der Ampel endlich grün? Das dauert ja so lange. Ich mach die Fenster zu. Wie lange dauert das jetzt, bis der Ampel grün wird? Ja, jetzt. Nächste Halbgestelle. Kommunikariski J. Sind jetzt nur zwei drin. Ja, fahr mir noch in die Karre. Genau. Fahr mir noch in die Karre. Ganz genau. Nächste Haltestelle. Wichser-Fiaddukt. Oh, da kommt noch ein Kollege. Moin, moin. Oh, da kommt noch. Woah. Wait. Yeah. Yeah. See. Ja, ganz genau, das war mir so klar, dass mein Truck fährt. Ah, da kommt auch ein Kollege. Moin Moin. So, jetzt fällt der gleich an, ganz genau, das war mir auch ganz klar, ja ganz genau, fährt auch nicht mit, super, gute Idee, fährt auch nicht mit. Ähm, nimmt der es überhaupt auf? Ja, der nimmt es auf. Nächste Haltestelle. Saniki, ja. Ja, Skrump, hier fährt auch keiner mit. Ja, das weiß ich, dass auch keiner mitfährt. Ne, hier fährt auch keiner mit. Habe ich jetzt leider nur zwei Fahrgäste drin. Nächste Haltestelle. Matejki. Muss ich voll Gas geben. Oh, fahr doch zu. Fahr doch. Und wo ist mein Restaurant? Nein. Wo halte Wunsch hab ich. Jetzt fahrt ihr mir gleich in die Karre rein, ganz genau. Das muss ich jetzt voll Gas geben. Nächste Haltestelle. Black Rotlar. Enthalte Stelle Bitte aussteigen Enthalte Stelle Black Rod La Alle Fahrgäste bitte aussteigen Ja, ganz genau vorne ist auch ein Kollege Der fährt auch die 59 Ach komm Nimmt der es auf Ja, der nimmt es auf Wie lange dauert das jetzt noch, bis die Ampel Ähm, Grün wird Dauert ja so lange, ey Hallo Erfahrt doch endlich So ein Kollege, moin moin So halte Wunsch Da will auch jemand aussteigen, gesagt So, Fahrplan abgebrochen Fertig Ich hoffe, die Fahrt hat euch gut gefallen Jetzt geht's weiter mit Omsi Tschüss, bis zum nächsten Let's Play Wells Tschüss Bis zum nächsten Mal nosso Bestes Ciao Tschüss Bis zum nächsten Mal